Es ist alles ziemlich spannend in letzter Zeit und ich freue mich riesig auf die kommenden Tage und aufs Turnier. Ich habe auch schon mit Henk darüber geredet. Erstens habe ich es für einen Scherz erst gehalten. Da war mir direkt klar, dass es kein Scherz ist, aber so in erster Sekunde war das unglaublich für mich, eine riesen Überraschung. Danach habe ich ganz schön gezittert und konnte es kaum glauben. Ich war gerade auf dem Weg zum Training und dann war nur eine Spielerin in der Kabine. Auch eine gute, nette Freundin von mir und habe es ihr dann erzählt und sie hat sich riesig gefreut für mich und hat mich in den Arm genommen und mich gedrückt und mich ein bisschen beruhigt auch. Ich möchte natürlich alles geben, mein Bestes geben und mich so gut wie möglich in die Mannschaft einzuspielen und auch jede Sekunde da genießen. Ja, die sind alle super lieb, die Mädels und helfen ein und unterstützen ein und liedern eigentlich einen sofort auch ins Team ein. Also man fühlt sich schon willkommen.